Jetzt aber schauen wir noch schnell auf unsere Kulturtipps und da geht es gleich zu Beginn ins Kindertheater. Eines Tages findet der kleine Bär am Fluss eine Kiste, auf der Panama steht und die herrlich nach Bananen duftet. Deshalb beschließen der kleine Bär und der kleine Tiger nach Panama auszuwandern. Und so beginnt Janosch Geschichte. Oh, wie schön ist Panama in der Bühnenfassung für Kinder am 5. März ab 16 Uhr in der Johann-Wölz-Halle. Schülerinnen und Schüler des Stiftsgymnasiums Melk haben gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Stiftes die Ausstellung Farbstift gestaltet, in der das Phänomen Farbe aus ganz verschiedenen Blickwickeln wie Politik, Liturgie und auch den Naturwissenschaften beleuchtet wird. Start ist am 2. März ab 17 Uhr im Kolamani-Salzstift Melk, eine Ausstellung, die bis Dezember zu erleben ist. In seinem ersten Soloprogramm Fast Fertig, ein musikalischer Amoklauf, verarbeitet Otto Jaus Erlebnisse von der Staatsoper bis zum Kabarett Simpel. Er singt, spielt und erzählt von Anfang bis zu fast fertig. Weil Fertig ist man nie und zwar am 3. März ab 20 Uhr im Blenker-Saal in Weidhofen an der Ips. Mit diesem musikalischen Amoklauf geht unser M4 Kultur auch schon wieder zu Ende. Ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Ausgabe wiedersehen. Bis dahin eine spannende kulturelle Woche. Auf Wiedersehen.